Ja, da muss ich doch gar nicht mal mehr so arg viel sagen. Das gibt's doch gar nicht. Nein, doch, oh. Ja, Seehofer plädiert nach Würzburg-Attacke für stärkere Integrationsbemühungen. Oh, Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Können dann schauen beim VK, bei Bicu, die sich den Trainer beim Wittnuss TV aufrufen. Entsprechend den Link in die Browserzeile kopieren. Und ab damit. Ciao.